ein herzliches moin moin und willkommen zurück bei borderlands heute natürlich wieder mit hoshi und mir dem hannibal hallo wir haben hier wieder die wilde party zu begrüßen gab es erstmal eine große schießerei der ausgabe ja besten laufen ach die hauptschalter aktiv gott das war die karte auf vordermann bringen da du ja auf jump and run stehst viel spaß jump and run gut ekelhaft ekelhaft nix mhm ach nee Nee, das ist ein... Wo steht er? Äh, gut, den hast du zerballert. Dann könnten wir doch nicht die Kanone klauen, den wir einfach einstellen... Nein, du... So... Hier ist es platt. Hm? Hm? Ich hab den Kalker vergessen. Der wird mir immer noch angezeigt, der Schalter. Ich hab den Schalter hier irgendwo umgelegt. Hauptschalter. Und warum wird der denn noch angezeigt? Hauptschalter wird angezeigt. Du siehst, komm ich hier nicht rein. Hm? Aber die kommen auch nicht raus. Ich hab den Kalker nicht raus. Ich hab den Kalker nicht raus. Ich hab den Kalker nicht raus. Habt's weh getan? Ja, da ist du das hier! Ja! Ah! 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 Nein! Ah! Oh! Das würdest du dort nach oben fahren? Das mal was dr egal... Ich hab den dann ausgeschenkt... Ich hab den dann ausgeschenkt. Und der fällt her, hey. Ich will nicht sterben! Oh ja, das war ganz meine Art! Okay. Okay. Ne Reise! Hm, Pandora Schnellreise-System. Ist jetzt online. Okay. Dann wird noch irgendwas aufgefressen. So. So. So ist der Streit. Ich glaube die haben einen Streit gesucht. Hm. Und du? Hm. Ich steig mal wieder ein. Ach ja. So. Mhm. Ja, machen wir einfach mal die Tür zu. So. Hm. Acht Fahrzeugpatrouillen sollen wir vernichten. Warten von deinen Federn einen Großteil des Rückstoßes ab, damit sie im Kampf zielsicher bleiben. Hm. Okay. Hm. Hm. Oh Gott. Geister der Kammer. Benzinkrieg. Todesstrecke von Pandora. Genau da liegt dein Problem. Hm. Revolver. Ich will nicht sagen, ne? Aber die klingen alle sehr scheiße. Tür zu. Tür zu. Und da rast er weg. Naja. Hier ist er los mit jeder seine eigene Karate. Okay. Weil du dann Kontrolle über beide Kanonen hast. Dann hol ich mir mal eine. Dann hol ich mir mal eine. Und dachte ich hätte gerne Karate. Ähm. Los jetzt. Ähm. Tadadada. Steige ein. Gut. Muss sich sein sehen. Tadadada. Mhm. Ja, wir machen eine Karte auf. Ich hab die Karre. Okay, und weiter, nächste Karre. Mach da hin, so. Wahrscheinlich in Party oder im Streit. Hier wollte ich noch gar nicht hin, hahaha. Ah ja, hier wollte ich hin. Mhm. Okay, der macht die Revolveraufgabe mal gerade fähig. Wow. Mhm. Ah, okay. Okay. Hat's dich zerblasen? Ja. Hat mich. Ja. Ich mach das Fahrzeug klar. Fahr doch. Ich fand die Zeit noch toll, als die Autos noch auf der Karte angezeigt wurden. Da wusste man wenigstens, wo man sie hingestellt hat. Und ob sie noch da sind. Und jetzt kommt die Autos auf der Karte. also das ist jetzt schon ziemlich teuer langsam ist dir mal aufgefallen wie die heißen und generiert damit ich gerade keine habe ich kein geld mehr fahrzeug generieren die frage ist wo hast du ihn gestellt du idiot kann ich nicht draufklicken und ich kann dein atem hören leck fahrzeug generieren ist auch eine schwere mission kann man auch mal atmen fahrzeug generieren wo ich bin tot wo ich denn hier raus gekommen mhm das war egal jetzt links und rechts gleichzeitig drücken das ist die devise die die Ta-ta-ta! Gehst du dich schon mit denen unterhalten? Ach hier ist doch der Cooler Oho Oh mei Gemütlich hier Sehr gemütlich Schauen wir unsere Füße Äh was ist? Kannst du losgehen? Ja Pratzer Hm Der fährt ja nicht Robert Keine Ahnung Irgendwas backt hier gerade Der merke ich auch gerade Hm Der fährt ja nicht Der fährt ja nicht Der fährt ja nicht Der fährt ja nicht Wieso hat das da jetzt so gebackt? Keine Ahnung. Der will gar nicht? Ah, die sind draußen. Das war's. Oh, er hat dich dazu gebracht, ein paar von meinen Karren hochzujagen? Banditen hin oder her, das waren astreine Flitzer. Hm? Willst du was von mir? Na, lauf halt. Da hinten ist ein Rädchen, dreh mal dran. Bin ich gemein, ein bisschen vielleicht. Okay. Okay. Komm einfach raus, das reicht. Wenn ihr das Rädchen gedreht habt, ist das okay. Jo. Ich hab mich ja nur unterhalten. Hm. Jetzt ist viel. Ah, was haben wir denn noch? Ich bin noch mal überlegen. Hm. Das muss ich jetzt finden. Wenn wir jetzt sehr viel mit dem Moped unterwegs sein. Ja. Ich finde was. Safety first. Ich schütze und lese. So, deine Aufgabe ist es, das Fleisch da vorne hinzulegen. Ich warte dann so lange, bis du das Vieh erledigt hast. Hier oben. Hm. Super. Warum komme ich mir gerade wie ein Köder vor? Weil ich es bin. Ich bin ja nur ein kleiner Juni. Hm. Klein. ... ... ... Guck mal, Skaggy hüpft sogar vor Freude, weil er nicht stimmt. Ich immer nicht vor so, Freude. Oh, meine Munition ist alle. Nicht gut. 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 Hallo. Jetzt geh ich drauf. Boah. Oh, da liegst mich schön. Oh, oh, oh. Oh, oh. Präzise. Schauen wir mal. Das ist nicht nett. Jo, was ist denn jetzt schon wieder so? Ach so. Die Kollegen schon wieder. Nein, du wirst nicht sterben. Doch. Hä? Hä? Ich hab dich doch gerade... ...wiederbelebt. Hm. Hm. Strike. Weg. Ich hab ein Auto geholt. Hm. Hä? Was ist das denn jetzt? Du fährst. Ich weiß doch gar nicht wohin. Ich fahr einfach nach Gefühl, ne? Oder nach Gehör. Kommt drauf an, wie man zieht. Ich hab die Taste genauer im richtigen Moment gedrückt. Ich hab die Taste genauer im richtigen Moment gedrückt. Oh. Oh. Guck mal in dein Inventar. Ich gucke. Äh, warum schießt du dir nicht selbst ein Elefanten? Oder was meinst du? Über Kim und Korn wahrscheinlich, oder was? Genau das. Rüste sie mal aus. Denk dran, das ist ein Sniper Rifle, ne? Hm. Mit dem Schimmer, mit der rechten Maustaste. Ja, ich hab schon mit dem richtigen Maustaste. Kim und Korn? Ja. Jo. Also meine Jackester hat 266. War das deine? Äh, 309. Wie viel? 309. Wow. Willst du sie haben? Also viel mehr als auch. Immerhin mehr Schaden, ne? Wir können ja tauschen. Ah. Ah. Eine liegt da. Hm. Ich kann mit dem Sniper eindeutig mehr anfangen. Jo. Verständlicherweise. Okay, die hatte eine höhere Feuerrate sehe ich gerade. 0,8. Deine hat nur 0,5. Hm. Du kannst nicht genug Kugeln für deine Lieblingswerke. Wolltest du die nicht mit mir verkaufen oder benutzen? Hm? Nö. Nein, halt nicht. Das ist ein Geschenk von mir des Hauses. Weißt du? So. Hier gibt's Medikamente. Hm. Klassmord. Schwerer Schütze. Klasse Soldat. Okay. Hm. SMG. Run. Revolver. Tore. Rapid Launcher. Run Nut. Arquete. Reise. Hm. Hm. Aha. So. Mhm. 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 Jo, ich würde sagen, die Kommunifikation gerne kaufen, aber die kann ich mir nicht leisten. Ich bin jetzt mit Level 22. So, aber wir sind am Ende der Folge angekommen. Deswegen sage ich, bis demnächst, euer Hannibal und der Hoshi. Tschau, tschau.